Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir klatschen nur ein paar Orks und da gehen wir gleich wieder rein ins Getümmel. Erstmal speichern und ich glaube, die haben auch was abgekriegt. Die haben alle was. Ah, außer er. Er kann den. Er kann den unterwischen. Komm schon. Ein Bogen ist eigentlich schon ein hart OP in dem Spiel. Wenn er natürlich komplett ausgebildet ist. Geil. Da kommt Freude auf. Ah, diese Goldmünzen. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich will einfach jedem rausjoinken mit dem Wohlquatsch. Ich habe ja über 100 Geschicklichkeit. Wie viel Geschicklichkeit haben wir jetzt eigentlich genau? Genau 100, ja. Bestimmt. Oh, hi. Oh, shit. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Uh. Schlecht. So, jetzt kommt's her. Speiern. Und gib ihm. Ey, jetzt war's halt ein Sammies. Boah. Boah. Und nochmal heilen. Sehr schön. Okay, der zaubert ja was wert. Dass ich mir den hole. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Das war's wert. Weißt du schon? Die hocken da drinnen in einer Burg. Machen nix. Das ist denen sowas von scheißegal. Ich mach die ganze schwere Arbeit. Die da drinnen fressen Fleisch. Dingen blöd rum. Ne? Nix machen sie. Und wieder dann auch noch blöd angequatschen. Dass ich einfach mal alle Orks komplett vernicht. Ne? Hei, 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 hei. Und selber haben sie nix auf dem Kasten. Das haben wir schon nur früh hier. Nice. Ah, das haben schon nur einige Orks her. Hei, 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 hei. Ach du Scheiße. Hu-cha-cha, hu-cha-cha. 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 So. Herb gekommen. Herde. Einfach durchklopfen. Puh. Ja, doch. Ich bin schon ein bisschen weg vom nächsten Level. 20 Lärmpunkte haben wir. Aber dadurch, dass ich jetzt für Geschicklichkeit schon 15 Lärmpunkte brauche, damit ich 5 kriege, ist das schon übel. Jetzt noch mal so eine Sprüchrolle haben, ne? Böses vertreiben. Hm. Magie-Schaden. Es geht bloß auf einen anwenden, oder? Boah. Leüüüü, des Spring Rollais ! so können wir uns mal wieder ein flashieren eigentlich nicht irgendwas was bonus maximale manas herrn chemo nimmer auf jeden fall dieser feuerregen war gut eingesetzt haben wir ja echt einige blatt gemacht die kommen gleich wieder alle auf mich zu ok die zwei laufen auf mich zu sehr schön sehr schön jetzt würde ich aber mal sagen dass wir da mal links rein gehen irgendwann müsste man auch mal ein bisschen weiter kommen haben wir eh schon gut ausgedüngt jetzt hat wohl dort steht jetzt eh bloß und na gut da steht noch einer das glaubst du wohl nicht ernsthaft jetzt oder das tier schaß gegen mich habt ach süß na komm her das sind bloß normale orks na komm her wohl nicht hier drin in der burg ihr kanter zwei gern helfen das war überhaupt kein stress da hat heilen breite mich jetzt nicht auf dem stadt kleine wunden haben wir leider da haben wir so eine schriftrolle gehabt leider kleiner feuersturm wir könnten es mal probieren mit dem kleiner haben wir zehn schriftrollen ja geht's das geht gut sehr schön es geht auch nur wieder rum so wunden heilen schaden macht er trotzdem gut muss ich zugeben heute haben wir einen zu viel getrunken aber bei unseren bei unseren massen ja kommt zwar seit man schaffen oder wenn wir uns ein bisschen glück haben sag ich doch war alles kein problem oh shit da ploppen sie auf einmal auf so nochmal trinken wird wird aber das lassen wir zuerst einmal im grunde ich habe jetzt glaube ich die drei viertel der armee erledigt jetzt sollte er uns eigentlich raus kommen können und die fertig sagen wir gehen wir jetzt da hinten eine irgendwann müssen wir jetzt mal zum drachen kommen der silvio ist ja anscheinend ja zu diesem eisgebiet das haben wir ja da haben wir hier links ne aber natürlich möchte ich ja noch gern dieses amulett was der andere da irgendwie gehabt hat na gut aber ob das da dabei bei die orcs wird es nicht sein haben sie es vielleicht in die kisten gepackt das kann natürlich auch möglich sein links rechts rechts links links rechts rechts links 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 da ist auf jeden fall nichts drin aber da ist doch auch diese komische steinkreis in der nähe ne diesen skeletten oh shit was soll man jetzt gemacht na achso na passt schon ich dachte schon ja den dann macht man die jetzt mal nicht platt da wollte ich eigentlich speichern und nicht laden aber gut manchmal verdrückt man sie einfach ein bisschen dann wissen wir zumindest dass wir in diese truhe nicht mehr reinschauen müssen also wie gesagt heigraut und sowas im grunde brauche ich jetzt das alles nicht mehr so dann gehen wir jetzt mal auf jeden da dann gehen wir jetzt mal auf jeden doch guck mal sind wir nicht alle durch ne und und Bisschen eingesetzt dafür, ne? Jetzt komm her. So, jetzt nur die Wachs und dann passt die Sache. Sehr schön. So, nochmal Wachs. Ah, den machen wir auch noch Platz. Und dann passt die Sache. Ah, Mann, da ist die Klinge schon fies. So. Jetzt müssen wir mal schauen, das sind Feuerwarane. Wie gesagt, der hat das bei irgend so einem Abdingsel verloren. Ja, die sollten wir schon schauen, dass wir das Einzelnen rausbringen. Das haben wir da echt ein Problem. Weil die sind echt härter als Orks. Na, jetzt habe ich schon wieder gelockt. Oh. Was ist denn da los? Speichern. Geht doch. Ich komme dann anscheinend immer auf die Tasten nach oben. Oder nach unten. Oder nach unten. Woah. So. Glück gehabt. Okay. Woo! Stufe gestiegen. Sehr schön. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo der meint, ne? Wir haben natürlich jetzt immer noch dieses, also Angas Amulett. Ah, kann es schwierig werden. Wir könnten natürlich auch erst einmal in den Sumpf gehen und da gleich mal den ersten Drachen machen. Das war vielleicht sogar auch mal eine coole Idee. Aber immer 10.000 Orks, Leute. Was ist denn los mit euch? Ach Gott, wie ein Hass. Boah! Und immer mal einen großen her. Ich war ja schon mal unterwegs in diese Richtung vom Sumpf. Uh, Drachensnapper. Autsch. Uh, 1.000 Drachensnapper. Böse, böse, böse. Böse, 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 böse. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Komm, gib mir kritischen Schaden. Alter. Auch mies. Wie gesagt, die sind ja nun krasser, als die Feuerwarane. Aber es funktioniert, wenn man, wenn die Neckleid 2 auf einmal angreift. Das sind ja nur mal hunderttausende von denen. Wahnsinn. Oh. Ach, scheiße. Okay, das ist ein Schmarrn. Drittschaden. Oh. Oh. Alter. Das war knapp. Die haben natürlich jetzt alle platt gemacht. Da ist nichts zu holen. Können wir vielleicht bei diesem Paladin oder bei denen noch ein paar Sachen stehen? Obwohl mir das gerade auch nichts bringt. Ja, die haben natürlich jetzt alle platt gemacht. Ah, das war irgendwie klar. Das war irgendwie klar. Und ja, die haben gesagt, dass sie sie nicht hergebracht haben. Haben sie doch noch in irgendeiner Truhe was versteckt. in irgendeiner Höhle war, ne? Wie früh da halt einfach immer Sahnen von denen. Das gibt's ja nicht. Das hört halt einen nicht auf. Das hört halt nicht auf. Tausende von Orks hier. So. Können wir uns ein Fläschchen Mana. Okay. Ich sprühe halt einfach ein bisschen wie ein Paladin. Eine göttliche Kraft hier, um mich zu heilen und so weiter und so fort. Okay, da war sozusagen die Orkstadt. Da kommen wir natürlich nicht mehr rüber. Da war ja der Schläfertempel. Hm. Südlich bin ich natürlich jetzt eigentlich, ne? Ah, halt. Das war die Karte der Schreine. Das braucht man. Ja, ich bin schon sehr südlich. Ich hätte mir mal gemeint, dass da dieser doch der Steingreis müsste da eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Nicht, dass er dies meint, ne? Aber gut. Kann mich natürlich jetzt ertäuschen. so. Oh Gott, diese Drachensnapper, wie ich sie hasse. Wie viele Gegner halt einfach immer aufploppen, ne? Ach, und der Torolano, weil es so schön war. mein Gott. so, dann müssen wir den Troll wahrscheinlich auch noch erledigen. Der Troll geht einigermaßen in Komaschi umrunden. Dem ja, let's go. Solange da kein anderer Gegner in der Nähe ist, ist das okay für mich. Hi. immer schön auf den Arsch. Immer auf die rechte Arschbacke. Da haben wir die Linke. So. Ich dachte jetzt, dass da oben irgendwo dieser Steinkreis ist. Und wir vielleicht das Amulett vorher haben. Da kann es natürlich jetzt auch bloß ins neue Lager gehen. Ah, da ist der Steinkreis. Vielleicht ist da jetzt dieses Amulett, schau. Und auf jeden Fall nur das Skelett. Das, wo es mal platt machen können. Nehmen wir zwei Skelette, wo wir platt machen können. Das ist doch noch ein dunkler Wanderer. Was denn noch alles, Leute? Was macht denn der Minetal? Okay. Schauen wir trotzdem mal da rein. Ja, mach dann die Backflips. Das ist ja irgendwann weg. Der gefreit sich und macht seine Backflips. Ähm. Also. So, da haben wir einen Trank. Gebt weites Wasser. Mana-Bonus. Okay. Laborflasche. Oh, Bilia-Statue. Da kann man natürlich jetzt nochmal verbessern. Nice. Ja, er fordert sein Tribut natürlich, ne. Aber. Dafür hat die Waffen jetzt 101 Schaden. Wie stock. Brautes Amulett. Da habe ich doch noch Feuerrunig, Seng. Nichts zu holen. Und ist irgendwie weg. Na gut. Oh, laut. Schaut es mich um. Ich bringe Hintergrundgeräusche. Ich bringe laut. So. Die Marmano-Platz. Ja, ja, ja. Was haben wir da? Sumpfkraut. Eine Rune. Aber was für eine Rune. Das war irgendein. Das da war das, ne? Eispfeil. Braucht man aber einen bestimmten Kreis dafür den Haubi, nicht? Oh. Tja, da wären wir wohl da reiche gehen dürfen, ne? Schätze ich mal. Na, wir suchen den. Werden wir natürlich auch noch ausbeuten. Da unten komme ich nicht lang. Also pass auf. Was hat er gesagt? Achso. Anger wird losziehen, um es zu suchen. Okay. Ach, da ist er ja. Der Anger. Ah, schau doch. Das ist so. Also war das... Bäh. Das ist ja doch da in der Nähe, oder? War ja doch richtig, schau. Hey, du. Ja, ich habe es doch schon gefunden, schau. Ich habe dein Amulett gefunden. was hast du denn vor? Nichts will raus aus diesem verfluchten Tal. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Leb wohl. Habi die Ehre, Alter. Wow. Wütsau. Ey. Die zwei macht mir nur schnell, Leute. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ah, du machst was? Wenn ich schon dein Amulett gefunden habe, kannst mir da auch schnell helfen. Ah. Wie war's? Das war's mit dir, du Mistvieh. Du Mistvieh. Okay, cool. Leute. Dann werden wir wohl jetzt in der nächsten Folge das Eisgebiet erkunden. Dahinter werden wir dann nochmal schauen. Macht man aber alles natürlich dann in der nächsten Folge. Von dem her sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe ihr Satz in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben geben oder ein Abo dalassen. Da hat mich wahnsinnig gefreut. Und dann sehen wir Sie zur nächsten Folge. Habi die Ehre. Bis bald. Bis bald. was solltest du geht? Bis bald. Bis bald.